Die einzige Lösung des Drogenproblems Sobald wir den Unterschied zwischen straightem und stoned-Denken begriffen haben, wird uns plötzlich klar, dass die Art und Weise, wie wir an soziale Probleme herangehen, die mit Drogen zusammenhängen, im Ersteren begründet liegt. Tatsächlich ist schon die Vorstellung eines Drogenproblems straight, da sie beinhaltet, dass Drogen die Ursache sind für negatives Verhalten, das mit ihrem Gebrauch auftritt. Anstatt unsere sozialen Programme, die darauf hinzielen, dem Drogenmissbrauch Einhalt zu gebieten, in Bausch und Bogen zu verdammen, werde ich einfach bestimmte Konzeptionen aufzeigen, die mir angemessener erscheinen. Zum Beispiel ist die Vorstellung, dass Drogen gewaltsam zum Verschwinden gebracht werden könnten, typisch für eine Denkweise, die unseren Geist in diesem ganzen Jahrhundert beherrscht hat. Ungeachtet der Tatsache, dass das auf dieser Voraussetzung beruhende Handeln durchweg mit zunehmender Verbreitung und zunehmender Negativität des Drogengebrauchs korrelierte, bildet diese Prämisse immer noch Aktionsbasis. Viele Amerikaner, darunter viele Gesetzgeber und Vollstrecker, träumen immer noch davon, dass Marihuana und Narkotika durch Schließen von Grenzen, ausrotten wilden Hanfs, Zahlungen an ausländische Regierungen, damit sie kein Opium anbauen, zum Verschwinden gebracht werden könnten. Und wenn als Reaktion auf diese Maßnahmen der Drogengebrauch weiter zunimmt und schlimmer wird, ist das Einzige, was den Verantwortlichen dazu einfällt, die Anstrengungen zu verdoppeln. Und damit befinden wir uns wieder in dem vertrauten Teufelskreis. Es ist vollkommen logisch, dass straightes Denken die Gesellschaft in dieselbe missliche Lage bringt, wie ein Individuum, das straight denkt. Es ist recht interessant, dass viele Analytiker sozialer Prozesse diesen Teufelskreis in anderen Bereichen des amerikanischen Lebens sehen, obwohl sie ihn nicht mit einem allgemeinen Denkfehler in Verbindung bringen. Zum Beispiel schreibt J.W. Forrester, Professor für Management am Institute of Technology in Massachusetts, kürzlich, Die Nation entwickelt ein wachsendes Gefühl der Vergeblichkeit bei ihrem wiederholten Bemühen, Schwächen in unserem sozialen System zu beheben, während die Symptome immer schlimmer werden. Mit großen Versprechungen und Hoffnungen werden Gesetze diskutiert und verabschiedet. Aber viele Programme stellen sich als wirkungslos heraus. Die Ergebnisse scheinen oft in keinem Verhältnis zu den Erwartungen zu stehen, die man in der Planungszeit an die Programme knüpfte. Manchmal erzielen Programme genau das Gegenteil der gewünschten Ergebnisse. Tatsächlich entwickelt sich eine nach unten gerichtete Spirale, in der die angestrebten Lösungsversuche die Schwierigkeiten verschlimmern und dadurch eine Verdopplung der angestrebten Lösungsversuche verursachen. Wie die Wunschvorstellung, dass Drogen eliminiert werden können, ist der Gedanke, dass diejenigen, die Drogen nehmen wollen, davon abgebracht werden können, ein unerfüllbarer Traum, der uns nur in immer größere Schwierigkeiten bringt. Trotz drakonischer Strafen für den Besitz von Marihuana und Heroin hat jeder, der diese Drogen nehmen wollte, das immer weiter getan. In jüngster Zeit wollen viele, besonders junge Leute, diese Drogen vor allem deshalb nehmen, weil die Gesellschaft mit derartigen Strafen droht. Nach dem Motto, wenn sie uns erzählen, das wäre schlecht, dann muss was dran sein. Ich würde sagen, dass das für unsere gesamte Strafgesetzgebung in Bezug auf Drogen gilt. Es ist vielen, auch vielen Gesetzesvollstreckern, klar geworden, dass Strafgesetze einfach nicht die geeigneten Mittel sind, um dem Drogengebrauch in unserer Gesellschaft zu begegnen. Eine Lektion, die man aus dem Misserfolg der Prohibition hätte gelernt haben können. Das heißt nicht, dass es besser wäre, dieselben unrealistischen Ziele nun durch Aufklärung erreichen zu wollen. Das Drogenproblem muss durch Aufklärung gelöst werden, nicht durch Strafverfolgung. So heißt ein vertrauter Slogan. Aber nach meiner Erfahrung meinen alle, die das sagen, dass Erzieher den Job übernehmen sollten, die jungen Leute vom Drogengebrauch abzuhalten, indem sie ihnen auf gescheitere Art Angst einjagen, als dass Polizisten können. Das wäre aber keine echte Veränderung. Tatsächlich erscheinen mir alle anderen liberalen Lösungen des Problems ebenso straight, in manchen Fällen sogar schlimmer als das einfältige Vorgehen der Polizei. Methadonbehandlung von Heroinsüchtigen ist ein erschreckend falscher Weg. Statt Heroinusern zu zeigen, wie man ohne Drogen high wird, ist dies eine Methode, um ihnen Drogen ohne highs zu geben. Genau die falsche Richtung, in die man die Dinge verändern sollte. Es überrascht nicht, dass diejenigen, welche die Methadonbehandlung entwickelt haben und weiterhin befürworten, äußerst materialistische Auffassungen von Sucht vertreten. Die Synanon-Methode erscheint mir ebenso unklug, obwohl sie im Augenblick mangels Besserem vielleicht ganz brauchbar ist. Synanon ist das älteste einer Reihe von Selbsthilfeprogrammen für Süchtige, das in der Theorie den anonymen Alkoholikern gleicht. Alle diese Programme fordern totale Drogenabstinenz und wenden Techniken wie Unterstützung durch die Gruppe und Encounter-Therapie an, um den Süchtigen zu helfen, abstinent zu bleiben. Dieser Art des Vorgehens liegen einige sehr negative Auffassungen zugrunde. Dass Heroingebrauch eine Krankheit ist, dass Süchtige eine fatale Schwäche haben, die sie für Sucht anfällig macht, dass sie diese Schwäche immer haben werden und dass deshalb vollkommene erzwungene Abstinenz die einzige Lösung ist. Solche Programme sind äußerst erfolgreich, aber sie sind sehr selektiv und nur ein kleiner Prozentsatz aller Heroin-User kann daran teilnehmen. Darüber hinaus scheinen Leute, die durch Synanon ihr Ziel erreichen, unfähig zu sein, von dem Programm unabhängig zu werden. Das heißt, sie übertragen ihre Sucht von Heroin auf Synanon. Viele werden Programmleiter und bilden ähnliche Gruppen in anderen Teilen des Landes. Manche sind fanatische Propagandisten und ich habe sie in öffentlichen Drogendiskussionen ungeheuer negativen Einfluss ausüben sehen. Sie verbreiten Angst, indem sie über die Schrecken des Heroin berichteten, über die Droge, die alle ihre Probleme verursachte. Obwohl sie auf den Gegenstand ihres Verlangens verzichten, haben sie die wahre Ursache ihres Suchtverhaltens nicht angetastet. Die Verwechslung der Droge mit einer vitalen Erfahrung, der äußeren Form mit dem inneren Gehalt. Synanon und seine Anhänger verändern die Haltungen des Süchtigen nicht zum Besseren. Sie verstärken nur den üblichen Denkfehler. Krishna beschreibt diese Situation treffend in der Bhagavad-Gita. Die Sinnesobjekte wenden sich von der verkörperten Seele ab, die aufhört, sich an ihnen zu nähren. Doch bleibt der Geschmack für sie. Aber selbst der Geschmack wendet sich ab, wenn das Höchste erschaut wird. Anmerkung des Übersetzers Da im englischen Original eine andere Übersetzung des Sanskrit-Textes zitiert wird, möchte ich den Kommentar zu diesen Worten Krishnas hinzufügen. Der Autor erklärt den Unterschied zwischen äußerer Abkehr und innerer Entsagung. Wir mögen die Objekte verwerfen, aber die Begierde nach ihnen kann doch bestehen bleiben. Doch selbst die Begierde geht verloren, wenn das Höchste erschaut wird. Aus Radha Krishna, Seite 142 Ich halte an meiner Behauptung fest, dass all unsere Anstrengungen, soziale Probleme im Zusammenhang mit Drogen zu lösen, auf straightem Denken beruhen und deshalb die Dinge nur schlechter anstatt besser machen. Ich habe das Gefühl, dass alles, was wir gegenwärtig im Namen der Lösung des Drogenproblems tun, das Drogenproblem ist. In vielen Staaten und Gemeinden, die ich in den letzten drei Jahren besucht habe, stehen diejenigen, die sich mit dem Drogenmissbrauch beschäftigen, unter dem ungeheuren Druck, etwas tun zu müssen. Aber niemand scheint zu wissen, was zu tun ist. Es ist zur Routine geworden, Podiumsdiskussionen über Drogen abzuhalten, mehr Gelder zur Durchführung der Gesetze und für die Drogenberatung bereitzustellen, Erhebung in Schulen durchzuführen, um die Verbreitung des Drogengebrauchs festzustellen und beschwichtigende Statements abzugeben, dass das Problem nicht so groß sei, wie man angenommen habe. Aber jeder kann sehen, dass der Gebrauch nie verbreiteter war und mit immer größerer Geschwindigkeit zunimmt. Was können wir tun? Im ersten Abschnitt dieses Buchs habe ich gesagt, dass ich kein Programm für soziale Reformen präsentiere, sondern vielmehr die Keimzelle einer neuen Denkweise in Bezug auf Drogen und Bewusstsein. Eine Denkweise, die Möglichkeiten zur Lösung eines Problems in sich birgt. Ich werde keine speziellen Aktionen vorschlagen. Aber ich kann sagen, was ganz bestimmt nicht weiterführt. Und, was wichtiger ist, ich kann auf eine Richtung hinweisen, in der die wirklichen Lösungen liegen. Der Grundgedanke dieses ganzen Buches ist, dass nichtmaterielle Faktoren materielle Wirkungen verursachen. Eine Weiterführung dieses Gedankens ist, dass das Drogenproblem eine Auswirkung von Konzeptionen in Bezug auf Drogen ist und dass es nur durch die Veränderung dieser Denkmodelle gelöst werden kann. Forrester hat auch geschrieben, Zitat, Jeder von uns benutzt fortwährend Denkmodelle. Jeder Mensch benutzt in seinem privaten Leben und in seinem Berufsleben instinktiv Modelle, um Entscheidungen zu treffen. Die geistige Vorstellung von der Welt, die sie umgibt, die sie in ihrem Kopf mit sich herumtragen, die ist ein Modell. Man hat keine Stadt oder eine Regierung oder ein Land in seinem Kopf. Man hat nur ausgewählte Konzepte und Bezugsrahmen, die man benutzt, um das reale System darzustellen. Eine geistige Vorstellung ist ein Modell. All unsere Entscheidungen werden auf der Grundlage von Modellen gefällt. All unsere Gesetze werden auf der Grundlage von Modellen verabschiedet. Alle Maßnahmen der Exekutive werden auf Grundlage von Modellen durchgeführt. Es geht nicht darum, Modelle zu gebrauchen oder zu ignorieren. Es geht nur um eine Wahl zwischen alternativen Modellen. Zitat Ende Solange die Denkmodelle, die die gegenwärtigen Gesetze, Entscheidungen und Maßnahmen in Bezug auf Drogen hervorbringen, sich nicht ändern, wird sich im Zusammenhang mit Drogen nichts verändern. Daher ist es sinnlos, Gesetzesreformen zu fordern und mit ihrer Hilfe das Drogenproblem lösen zu wollen. Unproduktive Gesetze gegen Besitz und Verkauf von Drogen sind nicht Ursache von Problemen. Sie sind Symptome von Problemen auf der Ebene von Konzeptionen, von geistigen Vorstellungen, so wie physische Krankheitssymptome Wirkungen geistig-seelischer Zustände sind. Wir haben früher gesehen, dass Maßnahmen, die gegen Symptome gerichtet sind, die Tendenz haben, Symptome zu verstärken. Aus diesem Grund habe ich nie für eine Aufhebung irgendwelcher Drogengesetze gearbeitet. Es ist klar, dass keine Droge illegal sein sollte, aber dieser ideale Zustand ist nicht auf dem Weg des Kampfes gegen bestimmte Gesetze zu erreichen. Ebenso wenig sehe ich einen Sinn darin, unsere Frustration an Vollzugsorganen oder Gesetzgebern auszulassen. Vollzugsorgane führen einfach nur aus, was ihnen die Gesetzbücher vorschreiben und werden das weiterhin tun. Sie haben die Gesetze nicht gemacht. Wir haben sie gemacht. Und obwohl unsere Gesetzgeber diese Gesetze erlassen haben, waren wir es, die ihnen die Macht gegeben haben, unseren kollektiven Willen in Gesetzen zum Ausdruck zu bringen. Es sind unsere Konzeptionen, die sich ändern müssen. Die Denkweisen über Drogen, die dieses Buch zum Inhalt hat, sind neue Modelle, die geeigneter sind, uns weiterzuhelfen. Ich habe versucht zu zeigen, dass sie über prüfbare Tatsachen und Erfahrungen besser erklären als bereits vorhandene Modelle. Nun werde ich versuchen darzustellen, inwiefern sie Möglichkeiten für soziale Veränderungen schaffen. Ich habe behauptet, dass jedes menschliche Wesen mit einem inneren Verlangen, von Zeit zu Zeit veränderte Zustände des Bewusstseins zu erfahren, geboren wird. Insbesondere mit dem Verlangen zu lernen, wie man das normale, ich-zentrierte Bewusstsein überwinden kann. Ich habe auch meiner Intuition Ausdruck gegeben, dass dieses Verlangen einen höchst bedeutsamen Faktor in unserer Evolution, sowohl der individuellen als auch der Spezies insgesamt, darstellt. Außergewöhnliche Erfahrungen sind lebenswichtig für uns, weil sie Ausdruck unseres Unbewussten sind. Und die Integration bewusster und unbewusster Erfahrung ist der Schlüssel zu Leben, Gesundheit, spiritueller Entfaltung und umfassendem Gebrauch unseres Nervensystems. Indem wir unseren Kindern in Bezug auf veränderte Zustände des Bewusstseins, Angst- und Schuldgefühle einflößen, zwingen wir sie, dieses Verlangen zu verdrängen und schaffen so die Bedingungen dafür, dass es sich später in antisozialer Weise Ausdruck verschafft. Ich habe immer wieder betont, dass Drogen lediglich Mittel sind, Zustände außergewöhnlichen Bewusstseins zu erreichen und dass sie nicht mit den Erfahrungen selbst verwechselt werden dürfen. Sie vermögen, Heiß auszulösen. Sie tragen die Heiß nicht in sich. Darüber hinaus unterscheiden sich die Erfahrungen, die sie hervorrufen, nicht wesentlich von Erfahrungen, die auf natürlicherem Weg hervorgerufen werden können. Ein Großteil der Gefahren, die Drogen zugeschrieben werden, entbehrt jeder realen Grundlage und entspringt nur unseren eigenen Ängsten, die bewirken, dass wir unsere Wahrnehmung in bestimmter Weise interpretieren und Drogen für Ursachen von Dingen halten, mit denen sie nur korreliert sind. Das eigentliche Risiko, das darin liegt, Drogen als primäre Methode zur Bewusstseinsveränderung zu gebrauchen, ist ihre Tendenz, eine illusionäre Sicht von Ursache und Wirkung zu verstärken, die es letztlich schwerer macht, zu lernen, wie man Heiß unabhängig von der materiellen Welt aufrecht erhält. Wir haben aber auch gesehen, dass dieses Risiko eingeschränkt werden kann, indem wir bestimmte Prinzipien der Amazonas-Indianer lernen. Vor allem, natürliche Drogen in natürlicher Weise zu gebrauchen, ihren Gebrauch mit Ritual zu umgeben, unter Aufsicht von Experten, die durch ihre eigene Erfahrung qualifiziert sind und die erreichten Bewusstseinszustände zu positiven Zwecken zu verwenden, wie etwa zur Entwicklung bewussten Gewahrwerdens unbewusster Vorgänge. Zu welchen Schlussfolgerungen in Bezug auf das Vorgehen der Gesellschaft könnten wir gelangen, wenn wir diese Konzeptionen statt der alten annehmen und uns statt straightem Denken stoned Denken zur Gewohnheit machten? Straightes Denken ist immer auf die negative Seite der Dinge gerichtet, die, was Drogen angeht, deutlich genug zutage tritt. Wenn wir die Dinge verändern wollen, müssen wir damit beginnen, das positive Potenzial in negativen Erfahrungen zu erkennen, da das Geheimnis, ein solches Potenzial zu verwirklichen, zunächst darin liegt, eine klare geistige Vorstellung davon zu haben. Deshalb bestehe ich darauf, dass wir die Tatsache akzeptieren, dass Drogen, in sinnvoller Weise als Mittel gebraucht, andere Zustände des Bewusstseins zu erlangen, potenziell nützlich sind. Ich selbst und viele meiner Freunde wären nie darauf gekommen, uns mit Meditationen, höheren Bewusstseinsebenen oder spirituellen Dingen zu beschäftigen, wenn wir nicht mit der Drogensubkultur in Berührung gekommen wären und nicht Phasen sinnvollen Gebrauchs von Marihuana und Halluzinogenen durchlebt hätten. Im Oktober 1970 nahm ich an der Tagung einer Studiengruppe über das Thema Revision der biochemischen Wirkungen von Marihuana auf Menschen im militärischen Bereich teil, die auf Anlassung der Life Sciences Division des Army Research Office von der Federation of American Societies of Experimental Biology veranstaltet worden war. Die Teilnehmer waren zum großen Teil straight denkende Forscher, alles namhafte Experten auf dem Gebiet. Einer von ihnen, ein Doktor der Medizin, berühmt für seine THC-Forschungen an Tieren und Menschen, machte sich über die Behauptung lustig, dass Marihuana-User gültige Einsichten in die Natur der Wirklichkeit haben könnten. Viele der Gedanken, die ich in den beiden letzten Kapiteln dargelegt habe, sind Einsichten. oder Intuitionen, die ich erstmals gewahr wurde, als ich von Marihuana high war. Ich würde sie gern in öffentlicher Diskussion gegen jeden Marihuana-Experten verteidigen, der das positive Potenzial der Droge nicht aus eigener Erfahrung kennt. Sobald wir zu verstehen beginnen, dass Drogen eine positive Seite haben, die entwickelt werden kann, brauchen wir sie nicht länger zum Verschwinden bringen zu wollen, was, wie wir gesehen haben, sie immer mehr zu einem Problem macht. Denn Drogen sind ausgezeichnete Beispiele für die Ambivalenz äußerer Dinge. Sie sind potenzielle Schlüssel zu einem besseren Gebrauch unseres Geistes. Sie sind gleichzeitig potenzielle Fallen, die uns davon abhalten können, unseren Geist in einer besseren Weise zu gebrauchen. Welches Potenzial realisiert wird, liegt allein bei uns selbst, weil es vollkommen davon abhängt, nach welcher Seite wir unseren Blick zu richten pflegen, um unsere Konzeptionen zu entwickeln. Solange wir uns über die Möglichkeit lustig machen, dass Drogen uns helfen können, haben wir keine Chance, sie weniger schädlich für uns zu machen. Wenn wir auf unseren Intellekt und unsere Sinne vertrauen, formulieren wir induktive Hypothesen, die auf den negativen Erscheinungsweisen von Drogen beruhen und kommen dann mit denselben straighten Ideen daher, die uns das ganze Jahrhundert hindurch allesamt im Stich gelassen haben. Wenn wir wenigstens einen Schritt in die Richtung machen können, uns auf Intuition und Erfahrung zu verlassen, um das positive Potenzial von Drogen zu entdecken, wird das Drogenproblem automatisch zu verschwinden beginnen. Ich bin davon überzeugt, dass diese letztere Art des Vorgehens für unsere Gesellschaft die einzige realistische Handlungsweise darstellt. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn wir einmal die allgemeine Prämisse akzeptieren, müssen wir, denke ich, auf zwei bestimmte Ziele hinarbeiten. Erstens diejenigen, die Drogen nehmen wollen, darin zu unterstützen, sie intelligent, zu ihrem eigenen Besten zu gebrauchen und dadurch zum Besten der Gesellschaft. Zweitens sie darin zu unterstützen, über Drogen hinaus zu besseren Methoden der Bewusstseinsveränderung fortzuschreiten. Wer soll diese Unterstützung geben? Natürlich müssen wir alle auf diese Ziele hinarbeiten, nicht nur Erzieher, Regierungsbeamte oder juristische und medizinische Sachverständige. Eltern und Lehrer müssen einen großen Teil der Arbeit leisten, insgesamt aber müssen die Bemühungen wahrhaft kollektiv sein. Und bei diesen Bemühungen wird es gut sein, daran zu denken, dass unsere Energien durch die Veränderung unseres eigenen Denkens am weitesten reichen. Unsere eigenen Konzeptionen müssen sich ändern, bevor wir die anderer Leute wirksam verändern können. Da der Prozess, den ich mir vorstelle, im Wesentlichen in Individuen stattfinden wird, kann ich keine spezifischen Beschreibungen geben, die auf jeden von uns zutreffen würden. Aber ich kann Beispiele aufzeigen, aus denen sich Schritte in die richtige Richtung ableiten lassen. Es wäre gut, wenn alle, die mit dem Drogenproblem zu tun haben, damit beginnen würden, mit denen zusammenzukommen, die tatsächlich Drogen gebrauchen, um von ihnen etwas über ihre Erfahrungen zu hören. Sie sind leicht zu finden und im Allgemeinen freuen sie sich, darüber befragt zu werden, wie ihre Highs eigentlich sind. Eltern sollten ihre Kinder bitten, ihnen über die positiven Aspekte von Drogen zu erzählen, anstatt sie über die negativen zu belehren und sollten in ihren eigenen Episoden außergewöhnlichen Bewusstseins nach Ähnlichkeiten forschen. Psychiater sollten darauf hören, was ihnen ihre Patienten über Drogenerfahrungen erzählen. Patienten wissen aus direkter Erfahrung oft mehr über die Vorgänge in ihrem Unbewussten, als Ärzte mit ihrem Intellekt erfassen können. Lehrer sollten versuchen, von Schülern zu lernen, die über die Sache besser Bescheid wissen als sie. Wenn wir so vorgehen, werden wir bessere Informationen bekommen als die, die uns jetzt von Experten angeboten werden, die eben nicht aus ihrer eigenen Erfahrung wissen, wovon sie reden. Ich wäre froh, wenn jeder von uns, der legale Drogen gebraucht, Kaffee, Nikotin, Alkohol, beginnen würde, diese Substanzen als die Drogen zu erkennen, die sie sind, und ihren gewohnheitsmäßigen Gebrauch als die Gewohnheiten, die sie sind. Wenn jeder versuchen würde, zu begreifen, dass diese Gewohnheiten sich in Wirklichkeit nicht von denen illegaler Drogen-User unterscheiden. Ich hoffe, dass User illegaler Drogen anfangen, von sich aus Informationen anzubieten, die sie über Zustände des Bewusstseins gesammelt haben, sowie Techniken, wie das positive Potenzial von Drogen am besten zu nutzen ist. User müssen allmählich einsehen, dass die Haltung, die die Gesellschaft gegenwärtig ihnen gegenüber einnimmt, ebenso von ihrem eigenen negativen Denken herrührt, wie von dem der Nicht-User. Eine straighte Mentalität findet man nicht ausschließlich bei Leuten, die keine illegalen Drogen nehmen. Ich würde mich freuen, wenn man bei sozialen Programmen zur Bekämpfung von Drogenmissbrauch beginnen würde, mit denen zusammenzuarbeiten, die im sinnvollen Gebrauch von Drogen Erfahrung haben. Sie entsprechen in unserem Kulturkreis den Medizinmännern vom Amazonas. Einzig ihre Erfahrung wird unsere Kinder lehren, wie man in einer Welt, in der es Drogen gibt, leben kann, ohne dass daraus Probleme entstehen. Ich möchte die Entstehung einer neuen Wissenschaft vom Bewusstsein erleben, an deren aufbaufrei denkende Menschen arbeiten, die aus den traditionellen, im Materialismus erstickten Gebieten ausgestiegen sind, den neurologischen Wissenschaftlern, Computerwissenschaften, der Psychologie und Psychiatrie. Das Bewusstsein selbst muss im Brennpunkt dieser Bemühungen stehen, wobei direkte Informationen durch Erfahrung ebenso viel gilt wie intellektuelles Wissen und der umfangreichen psychologischen Literatur des Ostens ebenso viel Aufmerksamkeit geschenkt wird wie der des Westens. Ich hoffe, dass religiöse Organisationen in diesem Land allmählich verstehen werden, dass durch Drogen hervorgerufene Highs für die spirituelle Entwicklung vielleicht relevanter sind als scheinbare Spiritualität am Sonntagmorgen. Wenn religiöse Führer Drogengebrauch bei jungen Leuten verurteilen, dann sollten vor allem sie in ihrer eigenen mystischen Tradition nach Informationen über alternative Methoden forschen, mit deren Hilfe dieselben Zustände des Bewusstseins zu erreichen sind. Ich möchte diejenigen, die psychotische Erfahrungen gemacht haben, darin bestärken, die positive Seite dieser Veränderung zu sehen, den negativen Deutungen ihres geistig-seelischen Zustandes, die ihnen von Psychiatern und der Gesellschaft insgesamt angeboten werden, energisch zu widersprechen und zusammen mit anderen Psychotikern Kraft und Wissen zu erlangen, wie sie ihr erweitertes Bewusstsein beherrschen und für positive Ziele nutzen können. Wir alle, hoffe ich, werden Materialismus allmählich als das erkennen, was er ist, sodass wir beginnen können, ihn aus unserer Wissenschaft, unseren medizinischen Systemen, Gesetzen und Regierungen zu eliminieren. Vor allem müssen wir den Wert außergewöhnlicher Erfahrung begreifen lernen, uns darüber freuen, anstatt uns schuldig zu fühlen, sodass wir unsere Kinder ermutigen können, sich über derartige Erfahrungen zu äußern, anstatt sie zu verbergen. Dieser Wechsel der Standpunkte kann sich nicht über Nacht vollziehen, weil dazu das Anerkennen schmerzlicher Wahrheiten notwendig ist. Dass beispielsweise Kinder, die während des Unterrichts tagträumen, ihren Geist vielleicht nutzbringender anwenden als Kinder, die aufpassen. Dass psychoaktive Patienten vielleicht eher in der Lage sind, die Wirklichkeit zu begreifen und zu erfahren, als die psychiatrischen Autoritäten, die sie mit Tranquilisern vollstopfen. Den ersten Schritt auf diese Ziele hin können wir aber sofort tun. Außergewöhnliche Erfahrungen bei anderen tolerieren zu lernen, erfordert nichts weiter, als sie im eigenen Leben zu akzeptieren. Jeder Mensch, der in Bezug auf seine eigenen veränderten Zustände des Bewusstseins weniger ängstlich und damit offener wird, trägt konkret etwas zur Lösung des Drogenproblems bei. Ja, er tut das Einzige, was möglicherweise helfen kann. Zusammenfassend kann ich nur eins sagen. Drogen wird es immer geben. Bekämpft sie und sie werden immer destruktiver werden. Akzeptiert sie und sie können in ungefährliche, ja sogar nützliche Kräfte verwandelt werden.